Kurt hat Christoph eine Herausforderung gestellt. Er soll innerhalb einer Stunde ein Superheld werden. Christoph hat sich dafür Hilfe geholt. Tom. Er ist Profi in Parkour, einer spektakulären Fortbewegungsart, bei der er Wände hinaufläuft und über hohe Mauern springt. Genau das wollte er dann Christoph beibringen. Leicht war es nicht. Ob Christoph es geschafft hat, ein paar coole Tricks zu lernen? Hallo Kurt. Ich hab's wirklich geschafft. Ich bin jetzt ein Superheld und zwar Christoph Christallo mit echten Superkräften. Hier der Beweis. Ich bin jetzt ein Superheld von der Beweis. Ich bin jetzt ein الط периnd betrunken. Ich bin jetzt einrunsamer. Jetzt bin ich ein Stine.